Mein Name ist Dr. Parasta, ich bin der ärztliche Leiter vom Augenzentrum München und auch der Hauptoperateur, der die meisten Operationen für den Grauen Starr durchführt. Die häufigsten Operationen, die ich durchführe, sind Linsenoperationen, meistens am Grauen Starr, circa 2000 im Jahr. Damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen von der Reise durch Munich Eye Augenzentrum München, durch ihre Versorgung. Beim Grauen Starr haben wir so ein paar Bilder zusammengestellt. Eine kleine Reise auch in den OP hinein. Was ist der Graue Starr? Was kann man dagegen tun? Wie erfolgt die Operation? Welche Verfahren gibt es? Welche Linsenimplantate infrage kommen? Unser Anästhesistenteam gibt Ihnen über die Vene ein Mittel, was Sie in einem Schlaf- oder Dämmerzustand gleiten lässt. Nun gibt es verschiedene Verfahren, mit denen man die Linse entfernen kann. Die klassische, wie Sie auch in der Animation vorher gesehen haben, Methode ist die Ultraschall-Methode. Alternativ dazu habe ich hier das Nanolaser-Verfahren. Man sieht schon im Vergleich, dass die beiden Sonden durchaus einen Sprung gemacht haben. Unsere Nanolaser-Sonde ist wesentlich feiner, kleiner und leichter. Beim Ultraschall immer eine Hitzeenergie vorne. Jetzt kommen wir zu den Linsen. Zum Beispiel multifokale Linsen, die in der Ferne, im Mittelbereich und in der Nähe alles scharf stellen können und damit eine Brille überflüssig machen.